So, damit herzlich willkommen zum neuen Videomodul der Makroökonomie. Schön, dass wir da bei seid. Hier am Zuge der Indexzahlen werfen wir heute einen Blick auf den Paché- und den Lasperis-Index. Beides sind Preisindizes und vergleichen die Preise verschiedener Produkte zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Wir haben hier abstrakt die Zeitpunkte T gleich 0 als Ausgangsbasis und dann hier T gleich 1. Ihr könnt aber auch beispielsweise hier hinschreiben, wir haben das Jahr 2019 und hier das Jahr 2020 und schauen, wie sich die Preise über dieses Jahr eben entwickelt haben. Wir haben zwei Produkte und zwar Gut A und Gut B mit den jeweiligen Preisen und Mengen. 12, 12, 13, 16, 1, 2, 2, 1. Einmal kurz die Formeln abgespult und zwar, hier kann man sich jetzt darüber streiten, wie man die Notationen fasst. Und zwar I für den Index, dann hier P für den Preisindex. Es gibt auch noch einen Mengenindex, der hier aber nicht Gegenstand der Makroökonomie sein wird. Da der Verweis auf unsere Playlist der Statistik hier auf unserem Channel. Dort habe ich auch nochmal Paché und Lasperis behandelt. Ja, dann hier PA und hier unten dann eben einmal auch Preisindex und dann LA für Lasperis. Und ja, es gibt unterschiedliche Formeln, wie man es aufschreiben kann. Ich habe mich für folgende Formeln entschieden und zwar Summenzeichen, dann N und beginnend beim ersten Gut, I gleich 1. Dann haben wir hier einmal den Preis des jeweiligen Guts der Periode T. Das wäre dann hier eben T gleich 1. Wir könnten auch sagen für das Jahr 2020. Und das Ganze multipliziert mit der Menge. Also immer Preis mal Menge. Und hier dann T. Und für das jeweilige Gut. Dann einmal den Bruch hier dicht machen. Und dann haben wir hier unten dann einmal unser Summenzeichen. I gleich 1 beginnt beim ersten Gut. Dann über alle Güter, die wir haben. Und ja, dann einmal hier PI, Ausgangsperiode multipliziert mit Q, I, T. So, dann gucken wir uns einmal das hier an. Sieht ähnlich aus. Im Detail liegt der Unterschied. I gleich 1. Auch hier dann einmal N, I gleich 1. Und hier dann P, T, I. Das müsste noch soweit identisch sein. Nur hier dann eben Ausgangsmengen Q, I, 0. Und hier dann P, 0, I. Das bleibt auch identisch. Nur hier dann wieder Q, I, 0. Ja, guckt euch die beiden Formeln einmal an. Damit ihr einmal den Unterschied hier erkennen könnt. Und zwar, ja. P, T, I ist hier identisch. Q, T, I ist hier nicht identisch. Wir haben einmal hier die Mengen auf der rechten Seite der Periode T gleich 1. In diesem Fall. Und hier einmal die Ausgangsperiode beim Las Peres Index. Dass ihr das einmal gesehen habt. Man muss die Formeln einfach nur verstanden haben. Dann muss man diese in der Klausur einfach nur abspulen. Und dann kommt er zu korrekten Ergebnissen. Dann noch ein bisschen Theorie, was uns hier unten gleich beschäftigen wird. Ja. Also beides. Jeweils ein Preisindex. Wir vergleichen die Preise verschiedener Produkte. Hier eben nur ganz einfach runtergebrochen auf zwei Produkte. Zu unterschiedlichen Zeitpunkten. T0, T1 in diesem Fall. Ja, und lasst uns das einfach mal probieren hier. Die Formel einfach mal anwenden. Denn wir haben P, T, I. Also die Preise der Periode T gleich 1 in diesem Fall. Oder des Jahres 2020. Und ja, das für beide Güter A und B. Also haben wir hier dann die Preise 13 und 16. 13 multipliziert und dann hier einmal die 16 hingepackt. Welche Mengen? Und zwar die Mengen von T gleich 1. Also 2020. 2 und 1. 2 und dann hier die 1. Dann haben wir das Paket hier oben schon abgefrühstückt. Dann einmal hier unten. Hier haben wir jetzt die Preise der Ausgangsperiode. Also 12 und 12. In diesem Fall schreiben wir hin. 12 und 12. Und Mengen sind identisch. Q, T, I. Das heißt hier T gleich 1, 2 und 1. Ja, 2 und 1. Und dann gucken wir mal, was wir da rausbekommen. Taschenrechner einmal parat halten. Wobei, das kann man, denke ich, auch im Kopf noch hinbekommen. Wir haben oben dann einmal die 26 plus die 16. Weil wir summieren ja. Wir haben hier ein Summenzeichen. Kein Produktzeichen oder ähnliches. Was heißt ähnliches? Summenzeichen immer dann plus, 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 plus. Je nachdem, wie viele Güter wir in der Tabelle im Datensatz gegeben haben. Also 26 plus 16. Und dann eben 24 plus 12. Dann kommen wir hier auf sieben Sechstel. Das Ganze als Dezimal. Dann kommen wir hier auf 1,16 Periode. Und das sind dann 16,6 Periode pro Cent. Das wäre die Preisänderung. So, also hier die Preisentwicklung oder Preisänderung. So, im Vergleich eben T0 zu T1. Das erstmal dazu. Dann gucken wir uns das Ganze hier mal beim Lasperes Index an. Aufgepasst. Der Unterschied liegt hier im Detail. Wir haben P, T, I. Das wird identisch sein. Also wir haben hier 13 und 16. 13 und dann hier die 16. Jetzt aber Q0. Das heißt hier Ausgangsperiode. Die Mengen 1 und 2. Hier haben wir dann eine Änderung. 1 und 2. So, oben ist abgefrühstückt. Und darunter dann P0. 12, 12. 12 und 12. Und ja, Q0 dann hier noch. Q0 wäre dann hier wieder T0 Ausgangsperiode. 1 und 2. 1 und 2. So, auch hier Taschenrechner einmal fragen. Dann haben wir oben einmal 13 plus 32. Ja. Und unten 12 plus 24. Da haben wir hier 5 Viertel. Das sind 1. Wobei ich schreibe das auch mal als Bruch hier hin. 5 Viertel. Brüche sind immer etwas genauer. Es kann sein, bei Dezimalstellen, dass ich eben runden muss. Oder sowas wie eine Periode hier angegeben habe. Da haben wir hier 1,25. Das sind dann eben hier die 25%. Das wäre dann hier die Preisänderung. Von T0 zu T1. Preisänderung. Ja. Was stimmt denn jetzt? Wo sind wir genauer? Was sagen diese Indizes aus? Also erstmal, ich hatte ja gesagt, eine Preisänderung sagen sie aus. Es sind zwei mögliche Indexzahlen, die wir heranziehen können. Und ja, jetzt kommen wir ein bisschen zur Theorie hier. Schaut ihr das gerne nochmal für euch selbst an. Pausiert das Video noch einmal, damit ihr hier nochmal die Unterschiede erkennt. Die liegen, wie gesagt, im Detail. Ich kann es da kurz nochmal markieren. Und zwar, wir haben hier einmal die identischen Preise. Bei beiden 13,16, 12,12. 13,16, 12,12. Wir haben aber bei den Mengen hier 2,2. Hier 1,1. 1,1. Und hier 2,2. Dass ihr das einmal erkennt. So, Preisindex. Wir haben uns einmal den Paché vorgenommen. Paché-Index oder Paché-Preisindex. Wir können den Paché-LaPay, da können wir auch als Mengenindex das Ganze berechnen. Das ist, wie gesagt, Gegenstand der Statistik gewesen. So, aber hier interessieren uns jetzt die Preise. Las, jetzt muss ich kurz gucken. Las, Pairis. So, Index. Ja, dann haben wir die Annahmen. Ja, Warenmengen sind konstant. Schreiben hin. Warenmengen sind konstant. So. Und zwar in T gleich T. So. Preise sind variabel. Preise sind variabel. So. Wir prüfen das kurz einmal. Warenmengen sind konstant. Wir haben hier 2,2. 1,1. Das passt. Preise sind variabel. 13,12. 16,12. Auch hier. 12,12. 13,16. 1,2. 2,1. Das passt so weit. Dann Las, Pairis. Warenmengen sind konstant. Eigentlich genau dasselbe. Warenmengen sind konstant. Und zwar hier dann in T gleich 0. Und Preise sind variabel. Preise sind variabel. So. Ja. Was sind jetzt hier Vor- und Nachteile? Hier wird es ein Vor- und Nachteil. Möchte ich hier festhalten. Und zwar in Bezug auf den Pasche-Index. Flexibler Bezug auf die Konsumzusammensetzung. Flexibler Bezug auf die Konsumzusammensetzung. Und beim Las, Pairis-Index haben wir eine relativ simple Berechnung. Das allerdings muss ich jetzt gestehen. Bei so einem einfachen Beispiel, wie ich es jetzt hier habe, ist es so, dass sich der Rechenaufwand bei beiden Indexzahlen in Grenzen hält, weil wir hier nur diese zwei Güter haben. Wir haben also hier jetzt nur zwei Preise und zwei Mengen. Mehr nicht. So. Ja. Und dann eben Nachteil hier. Inflationsunterschätzung. Inflationsunterschätzung. Ich unterstreiche immer Unterschätzung. Inflation und jetzt könnten wir hier nochmal hinschreiben und komplexe Berechnung. Komplexe Berechnung, was wir allerdings hier heute nicht prüfen können, denn wie gesagt, sehr einfaches Beispiel hier. Ja. Und beim anderen Paket Inflationsüberschätzung. Inflationsüberschätzung. Was man unter Inflation, Deflation versteht, das haben wir im letzten Video ja schon geklärt. Also, ja, die Inflation bezieht sich auf die Preisentwicklung. Inwiefern verändern sich die Preise zum Vorjahr um 10%, um 20%. Da muss ich mich dann, ja, auf bestimmte Güter einigen, von denen ich, ja, die Preisentwicklung messen will. Und da gibt es dann einen sogenannten Warenkorb. Aber ihr könnt auch selber für euch die Preise einfach, ihr kauft euch ja bestimmte Güter im Jahr. So, dann haltet ihr einfach mal die Preise fest im Haushaltsbuch und im nächsten Jahr vergleicht ihr die Preise dann mit dem Vorjahr und dann könnt ihr dort auch eine Preisentwicklung dann feststellen. Es kann natürlich auch nicht nur zu einer Inflation kommen, sondern auch zu einer Deflation. Sprich, die Preise sinken. Ist eigentlich unrealistisch. Eher haben wir die Inflation, dass die Preise über die Jahre dann eben steigen um 1, 2, 3%. Da könnt ihr einfach mal so Wirtschaftsberichte oder einfach mal Nachrichten hören regelmäßig. Dann werdet ihr irgendwann auch mal auf diese Inflation, auf diese Preisentwicklung, ja, da werdet ihr auch was von hören auf alle Fälle. Ja, und dann könnt ihr eben mitreden, weil ihr dann eben wisst, okay, Inflation, was ist das und wisst dann auch so ein bisschen, wie die Preise gemessen werden. Ist natürlich alles nur Basiswissen. Ja, was sollte man für heute mitnehmen? Also erstmal, Paché, LaPay sind zwei Möglichkeiten, um die Preisentwicklung, die Preisänderung zu messen. Dann, ja, die Formeln würde ich mal auf jeden Fall aneignen. Dann nochmal sich den Unterschied anschauen. Hier kann ich nochmal kurz, wie haben wir hier gesagt, bei den Mengen sind wir hier jeweils konstant. Nur einmal sind wir hier konstant bei T gleich T. Also hier. So, T gleich T. Damit ihr das nochmal seht. Warenmengen sind konstant zu T gleich T. Und hier dann T gleich 0. So, auch wenn ich mich wiederhole, damit das nochmal durchkommt, dass wir das nochmal erkennen. Und dann seht ihr hier, in der Regel haben wir hier eben diese Unterschätzung der Inflation und hier die Überschätzung. Das können wir allerdings jetzt nicht verifizieren. Wir sehen nur, dass hier unterschiedliche Prozentwerte rauskommen. Beim LaPay-Index ist dieser höher als beim Paché-Index. Aber wir wissen jetzt nicht die eigentliche Inflation. Dementsprechend, ja. So, und dann würde ich mal auf jeden Fall hier noch einen Vor- und Nachteil nochmal aneignen. Da könnt ihr pro Spalte hier eine Karteikarte fertig machen, damit ihr die Basics nochmal drauf habt. Ja, und dann hilft es nichts anderes, als nochmal diese Formeln anzuwenden. Weil das ist der Kern. Die Formeln verstanden zu haben. Und ihr habt sie dann verstanden, wenn ihr immer wieder zu richtigen Ergebnissen kommt. Einfach eine Suchmaschine aufschlagen, sich Aufgaben heraussuchen und diese Formel immer und immer wieder anwenden. Und Preise miteinander vergleichen. Wie ist die Preisentwicklung von Periode 0 zu Periode 1 oder von 2015 zu 2016 oder ich kann auch sagen, ich vergleiche mal die Preise von 2015 zu 2020. Könnt ihr alles machen. So, das wird da halt sicher aufgestellt sein. Das soll es gewesen sein. Ich packe noch ein bisschen was unten in die Videobeschreibung hinein. Dann der Verweis auf unseren Fragenkatalog. Dort findet ihr auch noch ein bisschen was zu den Indexzahlen. Ja, auch noch ein paar theoretische Fragestellungen. Bis zum nächsten Mal und bye.